Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 haben wir eben noch nicht unbedingt Sonnenlicht. Und selbst wenn es so wäre, irgendwann wird es nun mal dunkel und dann macht es Sinn. Und ich möchte wetten, viele von Ihnen sind gerade auch noch auf der Suche nach einer solchen Lösung. Ganz einfach mal eine schöne Beleuchtung zu Hause zu installieren. Aber jedes Mal die Sucherei nach der nächsten Steckdose oder die Kabellage verlegen, irgendwo hin, wo man eben Beleuchtung haben möchte, ist unglaublich lästig. Und deswegen haben wir diese tollen Solar-LED-Dachrinnenleuchten für Sie. Die können Sie überall dort anbringen, wo Sie möchten. Und gibt Ihnen genau natürlich dann, wenn Sie es haben wollen, eine richtig schöne Beleuchtung. Und so sehen die Dinger aus, Ralf. Die sind richtig klasse und unglaublich beliebt bei unseren Kunden. Ja, und das ist wirklich der Wahnsinn, wie einfach das ist. Ich habe hier jetzt mal eine Dachritte abmontiert bei unserem Chef. Oh, was gibt es wieder Hager. Aber um Ihnen das mal zu zeigen. Das ist die Lampe. Und ich möchte Ihnen auch mal zeigen, wie einfach die montiert wird. Nämlich werkzeuglos. Da ist nämlich eine Flügelschraube. Damit dreht man sie einfach hin. Und jetzt haben Sie Beleuchtung dort, wo eben die Dachrinne entlangläuft. Das ist oftmals natürlich auch ums Haus. Oder vielleicht den Weg hast von der Garage zum Wohnungseingang. Und jetzt schalten wir es ein. Und das machen Sie ein einziges Mal. Dann geht es nämlich auch automatisch. Jetzt sehen Sie schon leichtes Licht. Hier mit 160 Lumen. Was aber abschwächt, wenn es nicht gebraucht wird. Haben Sie jetzt gesehen? Jetzt hat gerade der Bewegungssensor reagiert. Das heißt, jetzt kommt jemand hier entlang. Und dann wird es richtig hell. Achten Sie drauf. Hier, Bewegungssensor. Sofort wird es richtig hell. Und das leuchtet jetzt auf den Boden. Und gerade hier so einfach montiert. Viele haben hier natürlich auch draußen auf der Terrasse Dachrinne. Da soll es ja auch nicht vom Dach runterregeln. Also auch das, was du gesagt hast. Viele haben Flachdächer bei Garagen. Da ist das auch wunderbar anzubringen. Da hast du nämlich auch so eine Metallkante oben in den allermeisten Fällen. Da kannst du es anschrauben. Einmal angeschraubt. Und schon ist es installiert. Denn die Energie, die gebraucht wird, die kommt über das Tageslicht, über die Sonne. Und ein- und ausschalten tut es über den Bewegungssensor. Also ich finde das genial. Und gerade auch bei Garagen. Das ist so ein Thema. Ich glaube, jeder, der eine Garage hat, doppelt oder einfach, weiß das. Man fährt nachts mit Licht rein, macht das Auto aus, dann ist das Licht aus. Und dann ist es stockfinstere Nacht. Damit hast du eben auch diese Beleuchtung. Und eben permanent, die ganze Nacht durch, eine leichte Beleuchtung. So, ja, schlummerlich. Und wenn es aber wirklich gebraucht wird durch diesen Bewegungssensor, so wie wir es gerade gesehen haben, wird es bis zu 160 Lumen hell. Das heißt, der Weg wird richtig schön ausgeleuchtet. Natürlich ist das jetzt vorzugsweise für Einfamilienhäuser. Ja, geht auch bei zweistöckigen, natürlich Gebäuden. Aber dann müssen wir natürlich sagen, dann geht es nicht mehr. Wenn Sie drei, vier, fünfstöckige Häuser haben, Mr. Hoben, reicht der Bewegungssensor nicht. Aber in einem Einfamilienhaus ist das natürlich perfekt. Sieht unglaublich edel aus, sehr, sehr leuchtstark, langlebig, natürlich wasserdicht und vor allem ohne Werkzeug zu installieren. Keine Elektroinstallation, kein Schalter. Und man muss auch nicht über die Stromkosten nachrechnen, weil die werden von der Sonne bezahlt. Das finde ich immer ganz hervorragend. Gerade bei den aktuellen Strompreisen ist es natürlich für viele ein Thema. Viele wollen ganz einfach Beleuchtung haben, viele wollen die Sicherheit haben, dass das Licht eben dann angeht, wenn man es braucht. Und das am besten ohne einen Schalter zu betätigen, also völlig automatisch. Aber die wenigsten von uns wollen die Kostensituation aktuell schultern. Bei den Strompreisen, man weiß ja gar nicht so wirklich, wo geht das hin. Dann ist das sicherlich mal gerade so eine Solarbeleuchtung genau die richtige Alternative für Sie. Für uns natürlich auch. Die installiert man einmal. Man muss keine Kabellage verlegen. Oftmals hast du jetzt auch gerade im Außenbereich vielleicht mal irgendwo in der Ecke, wenn du Glück hast, mal eine Steckdose. Aber garantiert nicht einmal rund ums Haus. Und da, wo du Licht haben möchtest, hast du vielleicht auch gar keinen. Und da ist so eine Kabellage zu verlegen immer unglaublich lästig. So funktioniert das völlig automatisch. Was ich super finde, ist eben diese Permanenzbeleuchtung, dass du immer, zum einen gibt es so einen schönen Lichtkegel. Und zum anderen ist es natürlich auch per se ein Gefühl von Sicherheit, dass man so eine auch mitunter mal dunkle Stelle besser ausgeleuchtet hat. Richtig. Erstmal für dich, dass du stolperfrei zum Beispiel zur Haustür oder auf der Terrasse gehst. Aber Licht schreckt auch ab. Also derjenige, der willkommen ist, der wird Licht immer begrüßen. Aber diejenigen, die eben nicht willkommen sind, ich spreche jetzt von den ganz bösen Buben, die meiden Licht. Und wenn dann so ein Licht angeht, wenn sie da vorbeilaufen, ist das natürlich wieder hohe Entdeckungsgefahr. Also auch da eine abschreckende Wirkung. Und schauen Sie jetzt mal bitte auf dieses Licht und vor allem auf den Scheinwerfer. Sehen Sie, wir haben es jetzt gerade gesehen. Sobald hier eine Bewegung vorne dran kommt, wird es hell. Jetzt 30 Sekunden später wird es wieder ein bisschen dunkler. Und jetzt achten Sie wieder drauf. Da ist die Bewegung. Da ist das Licht wieder hell. Also das ist eine einfach tolle Technologie. Und Sie sehen es doch mal. Das ist eine Dachrinne. Und einfach mit dieser Flügelschraube festgedreht. Das habe ich vor der Sendung gemacht. Die Installation ging ungefähr 30 Sekunden. Weil du langsam geschraubt hast. Ja, weil ich langsam bin. Aber man kann da wirklich nicht von Aufwand sprechen. Einmal installiert, dann ein Ausschalter. Also wenn Sie mal wirklich total dunkel wollen, können Sie es jederzeit auch ausschalten. Dann wird trotzdem der Strom gespeichert über Solar. Aber eben die Lampe geht nicht an. Aber ansonsten lässt man es eigentlich immer auf dieser Automatik. Sehr schön. Und ich bin von der Qualität absolut überzeugt. Ich mag unsere Monokristallinen-Solarpanel hier. Die sind unglaublich langlebig. Aber die ganze Qualität, auch die LEDs, die hier drin sind, das ist schon ein richtig schönes Stück. Ich glaube, über die Optik müsste man nicht sprechen. Das ist wirklich mal eine sehr, sehr schöne Variante. Und eben so leicht einzubauen, wenn man ein kleines Schräubchen festdreht. Und alles andere passiert dann vollautomatisch. Haben wir als einzelnes Modell für 14,24 Euro das Stück. In der Farbgebung schwarz mit der NX5563 und der 569. Aber selbstverständlich gehen wir mal davon aus, dass Sie nicht nur eine Lampe installieren wollen. Mitunter sind es auch mal mehrere. Dann gibt es das Ganze natürlich auch im praktischen Dreiersparpack. Dann sparen wir nochmal. 14 mal 3 wären 42. Jetzt haben wir 34 Euro. Sie sehen also, da sparen Sie bares Geld. Und da würde ich auch empfehlen, wenn Sie eben auch eine längere Terrasse oder Weg zum Hauseingang haben, dass Sie das alle anderthalb bis zwei Meter machen. Also können wir hiermit mit diesem Dreierset auch mal sechs, sieben, acht Meter überbrücken. Und die hast du dann komplett ausgeleuchtet mit leichter Beleuchtung, wenn niemand unterwegs ist. Mit richtig starker Beleuchtung, mit 160 Lumen, sobald jemand sich dort bewegt durch den Bewegungssensor. Und damit sind Stolperfallen eben eliminiert. Und du hast noch was ganz Wichtiges gesagt. Es ist kein Fremdkörper. Die sehen richtig gut und schick und elegant aus. Auch bei Ihnen an der Dachrinne, ob wir hier Edelstahl haben, wie ich jetzt hier, oder ob das eine Kupferdachrinne ist, spielt dabei überhaupt keine Rolle. Ich glaube, dieses Schwarz passt wirklich zu jeder Dachrinne. Ich muss gerade an meinen Vater denken, an das erste Haus meiner Eltern. Oh Gott, da war ich noch nicht mal im Teenager-Alter. Da hat man die Garage direkt neben dem Haus. Und mein Vater war immer zu faul, über den Gehweg zu gehen. Die Dachrinne lief aber über diese kleine Schotterpiste, mit so kleinen Kieseln an der Hausfassade entlang. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie oft er sich auf die Nase gelegt hat. Also ich hatte mein Kinderzimmer vorne, also auch zur Straße raus. Ich habe den häufiger Fluchen hören. Da wäre natürlich so eine Lösung jetzt hier die absolut perfekte Idee gewesen. Ja, ich glaube, mittlerweile ist es zu spät. Das Haus gibt es noch, aber da wohnen wir schon lange nicht mehr. Sei es drum, eine richtig schöne Variante. Das Dreier-Set jetzt hier für einen wirklichen Spitzensatz für 34,19 Euro. Und auch die natürlich jetzt hier absolut unabhängig vom Strom, weil ganz einfach das Tageslicht dafür sorgt, dass der Akku aufgeladen wird. Eine permanente Beleuchtung haben Sie jetzt hier in einem sehr, sehr kleinen Lichtkegel. Aber wenn eben jemand dran vorbeigeht, springt eben automatisch der Bewegungsmelder an und macht das Ganze richtig hell. Und das eben im Dreier-Set mit der NX5564 und der 569. Und ich glaube, bei den Preisen kann man sich da mal wirklich mit eindecken. Also einmal rund ums Haus. Ich finde ja auch die Beleuchtung immer sehr schön. Diese permanente Beleuchtung, dieser Lichtkegel, der so die Hausfassade runtergeht. Klasse. Das wertet auch das Haus. Ja, finde ich auch. Wenn Sie ein schönes Haus haben, das haben Sie sicher, dann setzen Sie noch eins drauf. Und Beleuchtung ist gerade in diesen Zeiten nie verkehrt. Und sobald es dunkel wird, reagiert der Dämmerungssensor und das Licht geht an. Und wenn dann jemand vorbeiläuft, wird es auch so hell, damit jede Stolperfalle entdeckt wird. Sie sehen das auch immer hier mit diesem PIR-Bewegungssensor, der dafür sorgt, dass diese Lampe brennen. Und gerade, weil wir nicht permanent die komplette Energie verbrauchen, kann man hier wirklich davon ausgehen, dass diese Lampe, also der Akku durch die Sonnenenergie auch gerade im Sommer die ganze Nacht hält. Für die Spitzenklasse. Ist natürlich ein Artikel für den Sommer schon großartig, aber spätestens dann, wenn es in den Herbst, in den Winter wieder hineingeht, da darf man im Moment ja gar nicht drüber nachdenken. Aber es wird die Zeit wieder kommen, wo es dann am Mittag um 16, 16.30 Uhr dann wieder stockfinster ist. Da braucht man so eine Beleuchtung natürlich erst recht. Im Moment haben wir sie eben zum unglaublich günstigen TV-Sonderpreis, gerade im Dreierpack keine 35 Euro. Also da musst du normalerweise mit der Lupe nachsuchen im Fachhandel. Insofern decken Sie sich damit ein, da sind andere also auch nicht schüchtern und nutzen Sie diesen Preisvorteil ganz einfach aus. Und ich glaube, damit haben wir Ihnen eine richtig schöne Beleuchtung gezeigt, gibt Ihnen Sicherheit für den Fall der Fälle, sorgt natürlich auch dafür, dass Sie eine schöne Beleuchtung einmal rund ums Haus haben. Der Einbau ist denkbar einfach, wir sind ein kleines Schräubchen festgedreht und ich glaube, dass Sie damit sehr, sehr glücklich und zufrieden sein können. Wenn Sie jetzt bestellen möchten, tun Sie das natürlich bei uns gebührenfrei unter der 0800 51 51 und 3 mal die 4. Also ran ans Telefon, decken Sie sich mit ein und haben Sie ganz viel Spaß beim Dekorieren. Ich glaube, dass wir Ihnen hier eine wunderschöne Lösung gezeigt haben und das eben in dem Schwarzen mit dem Solar. Also auch in einer sehr, sehr ausgeprügelten Technik mit einer sehr, sehr guten Materialqualität. Was auch immer Sie tun, haben Sie ganz viel Freude damit.